Wie du willst, du kannst es auch sonst abstellen und guck einmal, pop, 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 ja, es schaut schon ganz schön aus, so. Das ist gut, ich schau einmal, ich mach mal ein, zwei Bilder einfach nur von dir so. Und einmal, dass ihr beide so mit drauf seid. Ich schau einmal. Wie heißt er oder wie? Eila? Scheila. Scheila? Komm noch mal ein bisschen hin. Eil, 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 das ist voll schön. Und einmal, bleib ich einmal so, ich komm einmal auf, komm hier. Ich zeig Ah, sehr, 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 sehr. Immer gar nicht so einfach mit Tieren. Und sonst vielleicht einmal noch von dir im Stehen. Ja. Vielleicht, wenn du dich einfach an die Wand lehnst. Ja, das ist ein bisschen witzig. Oder sonst hier. Ja, ich schaue einmal. Und schaue ruhig noch mal ein bisschen einfach so in die Richtung. Einmal eben so. Und dreh dich noch mal zu mir. Ruhig, dass du mit deinem Oberkörper... Ja, genau. Sehr schön so. Mal so. Bleib ruhig einmal so. Und dann macht man hier und dann ist schon... Dann ist schon guti, guti. Okay. Wir schauen uns mal die Bilder an. Ich frage euch an. Ich frage euch an. Und dann war ich etwas mit einem Schraub. Und dann schaue euch an. Wolltid. Es gibt viele Dinge. Ich frage euch an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.